Hi, hier ist René, ich begrüße Sie zu diesem Video und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie man definieren kann oder schauen kann, ob der letzte Tag von dem Underlying, was man beobachtet, halt negativ war und unter einem bestimmten Preis geschlossen hat. Das Ganze machen wir natürlich, um unsere Aktientrader-Strategie hier weiterzubringen und deswegen starten wir mal direkt rein, indem wir hier in der OnTick-Funktion hergehen und hier einfach die Definition prüfen jetzt, ob der letzte Tag negativ war. Das Ganze ist relativ einfach im MetaTrader 5 und zwar brauchen wir ja einfach nur den Schlusskurs von dem letzten Tag und halt den Eröffnungskurs von dem aktuellen Tag. Da gibt es verschiedene Wege, das zu machen. Der einfachste ist, indem man zum Beispiel das Open von dem aktuellen Tag berechnet. Das kann man so machen, indem man die Iopen-Funktion nutzt. Da gibt man einfach das Symbol an, welches man sich anschauen möchte, dann die Zeiteinheit und dann die Kerze. Das ist geregelt über einen Shift-Wert. Der Shift-Wert 0 würde in diesem Fall bedeuten, dass wir uns die aktuelle Kerze anschauen, also die letzte Kerze wirklich in diesem Chart. Und der Shift-Wert 1 würde zum Beispiel bedeuten, die Kerze davor, der Shift-Wert 2 die Kerze davor. Und so geht das immer weiter. Den Shift-Wert 1, den brauchen wir jetzt auch, weil wir den Schlusskurs von dem Vortag erhalten wollen. Deswegen gehen wir hier natürlich über die iClose-Funktion. Die ist genau das gleiche wie die iOpen-Funktion, nur dass die uns halt den Schlusskurs liefert und nicht den Eröffnungskurs. Und hier ganz wichtig, wir nehmen hier den Shift-Wert 1, weil das wollen wir vom letzten Tag machen. Was wir jetzt noch machen können, ist, wir prüfen, ob es eine neue Kerze gegeben hat. Und das Ganze, da gibt es verschiedene Wege, das zu machen. Zum Beispiel können wir sagen, wir notieren uns hier oben einfach mal die Kerzen, die es gerade so gibt in dem Chart. Und in der On-Init initialisieren wir das mit der aktuellen Anzahl der Kerzen. Beziehungsweise hier müssen wir noch das Symbol angeben und die Zeiteinheit. Hier nehmen wir auch wieder Period D1, weil das ja die Tageszeiteinheit ist. Und jetzt prüfen wir einfach immer hier in der On-Tick-Funktion, die ja bei jedem einzelnen Tick, also bei jeder Preisveränderung ausgeführt wird, ob die Bars ungleich dieser aktuellen Bars hier in unserem Symbol sind. Falls das der Fall ist, dann updaten wir den Wert in dieser Bars-Variable mit dem neuen Wert der Anzahl der Kerzen und wissen dann, dass eine neue Kerze hier halt stattgefunden hat, beziehungsweise erzeugt wurde. Wir können jetzt hier zum Beispiel hergehen und einfach mal eine Textausgabe machen, zum Beispiel neue Kerze. Und dann geben wir hier das Open aus, das Open an der Stelle 0. Das können wir so machen, Double to String, Open. Wir runden das Ganze auf die Anzahl der Nachkommastellen und geben hier dann das Close noch aus von dem Vortag. Auch das runden wir einfach auf die Anzahl der Nachkommastellen. So, wenn wir das gemacht haben, dann können wir das Ganze kompilieren. Und ich werde das Programm jetzt nochmal starten hier im Tester. Und wir werden jetzt hoffentlich immer bei einem neuen Tag sehen, wie so das Open und das Close von dieser Kerze aussieht. Also hier sehen wir schon die erste Textausgabe. Ich warte jetzt nochmal einen Tag ab. Und wir sehen keine zweite Textausgabe. Das ist natürlich nicht gut, weil die sollte halt eigentlich da sein. Da muss ich jetzt gleich mal schauen, woran das liegt. Das liegt daran, dass ich hier mir den 30-Minuten-Chart gerade offen hatte und nicht den Tagesschart. Also ich ändere das mal auf den Tagesschart, sodass wir das Ganze auch vernünftig prüfen können. Jetzt sehen wir hier die erste Textausgabe. Und wenn jetzt eine neue Kerze erzeugt wird, dann sollte auch hoffentlich die zweite Textausgabe hinzukommen. Warten wir also einfach mal ab, bis jetzt hier eine neue Tageskerze erzeugt wird. Genau, und in diesem Moment passiert das hier auch. Und die Textausgabe wird gemacht. Schau jetzt bitte einmal auf der linken Seite hier im Datenfenster das Open und den Close-Wert an. Also hier zum Beispiel bei der Eröffnung hat er den Open-Wert von 7,73 und das ist auch das, was jetzt hier unten ausgegeben wird. Der Close vom Vortrag ist 7,72 und wenn wir das hier mal prüfen, dann ist auch das korrekt und das ist 7,72. Okay, das passt. Beziehungsweise, eigentlich ist das gar nicht genau das, was ich am Anfang gesagt habe, was wir haben wollen. Denn wir wollen ja den Open- und den Close-Preis jeweils von der letzten Kerze haben, um einfach zu prüfen, ob die Kerze negativ war. Also ist auch gar nicht schlimm. Ich habe das jetzt hier geändert, sodass wir auch den Open bei dem Schiffwert 1 erhalten. Jetzt können wir einfach prüfen, ob die Kerze negativ war, indem wir schauen, ob der Open-Wert bei der Kerze 1 größer ist als der Close-Wert. Dann wissen wir, dass die Kerze negativ war. Dann könnten wir zum Beispiel wieder eine Textausgabe machen. Letzter Tag war ein Verlusttag und ein Ausrufezeichen. Es wurde, oder der Kurs ist um, jetzt könnten wir zum Beispiel einfach sagen, Open-Close gefallen. So, gefallen. Gänsefüße nicht vergessen. Und wenn wir das jetzt nochmal starten, dann werden wir sehen, auch das sollte er uns bei einem Verlusttag dokumentieren. Also wir sehen jetzt hier, die erste Kerze war ja keine Verlustkerze, beziehungsweise diese Kerze war keine Verlustkerze. Deswegen kriegen wir nur die einen Textausgabe. Jetzt haben wir aber eine Verlustkerze gesehen. Und jetzt steht hier, letzter Tag war ein Verlusttag. Der Kurs ist um 0,07 gefallen. Und man sieht hier auch tatsächlich, das stimmt. Jetzt hatte ich hier noch diese hässlichen Nachkommastellen. Die müssen wir natürlich noch entfernen. Das können wir machen, indem wir hier sagen, Double to String wieder. Und wir runden das Ganze auf die Digits, sprich die Nachkommastellen, was in diesem Fall 2 ist. Okay, wenn wir das gemacht haben, dann kriegen wir jetzt schon raus, ob wir einen Verlusttag hatten. Und jetzt können wir hier wieder unsere Trade-Eröffnungslogik nehmen, die ich jetzt eben auskommentiert hatte. Und wir können sagen, wenn das der Fall ist, dann wollen wir bitte einen Trade eröffnen. Und zwar wollen wir jetzt halt hier diese x% vom Konto eröffnen, zum Beispiel 1%. Und das machen wir. Hier, dazu ziehe ich jetzt einfach hier, wie gesagt, diesen Abschnitt für die Trade-Eröffnung hier rein. Ansonsten verändere ich gar nichts. Und jetzt können wir hergehen und sagen, wir wollen if Trade Result, na, Return Code. Also wenn der Return Code ist, Trade Red Code, dann, wenn das Ganze funktioniert hat und die Order eröffnet wurde, dann sagen wir Print, neue Textausgaben, das Ganze zu dokumentieren. Dann können wir hier in Klammern vielleicht nur das Symbol schreiben, damit wir wissen, welche Aktie das ist, gekauft. Zack, ich kompiliere das Ganze und wir bringen gerade noch hier die Semikolon dahinter. Und dann funktioniert das auch. Wenn wir das so machen, dann kann ich jetzt wieder hergehen, das Programm starten. Und jetzt sollte halt wieder eine Sache mehr passieren nach der nächsten Verlustkerze. Wir kaufen und wir dokumentieren, wie viele Trades wir gekauft haben. So kann man das Ganze gut nachverfolgen. Also wir sehen jetzt hier, die letzte Kerze war ein Verlusttag. Der Kurs ist um 0,07 gefallen. Das Ganze ist jetzt auch gerundet. Und jetzt stehen hier diese ganzen Anwendungen, die der Metatrader automatisch macht sozusagen. Das haben wir jetzt nicht extra, diese Textausgaben haben wir nicht programmiert. Aber er schreibt jetzt hier, Exchange by 12 DBK, also Deutsche Bank Aktien, Deal 2. Der Deal wurde ausgeführt, die Order wurde ausgeführt und, und, und. Und wir sehen jetzt hier, Exchange by 12 Aktien, dann. Das ist auch der Return Code, der uns dann hier dazu bringt, dass wir hier nochmal schreiben, es wurden 12 Aktien, dann in Klammern das Symbol, gekauft. Und, ähm, genau, jetzt haben wir die 12 Aktien. Wir lassen das Ganze mal weiterlaufen. Wir schauen, was passiert, wenn jetzt der nächste Tag auch ein Verlusttag wird. Und der ist ein Verlusttag. Und wir kaufen wieder 12 Aktien. Ähm, das Ganze können wir jetzt natürlich ewig so weiterlaufen lassen. Ähm, hier wird jetzt halt nach jedem Verlusttag gekauft werden gerade. Man sieht das hier sehr schön. Du kannst es, wenn du es nachprogrammiert hast, auch bei dir nochmal testen. Und wir sehen jetzt hier auch beim Handelstab, es werden halt immer mehr Volumen gekauft. Und, genau, wir sehen auch, das Ganze variiert so ein bisschen. Also, wir sehen, ähm, wenn der, ähm, wenn der Kurs, jetzt muss ich kurz nachdenken, dass ich keinen Mist erzähle, wenn der Kurs fällt, dann kann es sein, dass wir auch 13 Aktien kaufen können. Das können wir ja zum Beispiel mal nachrechnen. Wenn wir jetzt hier 7,56 haben, mal 13, genau, dann, ja, ich rechne es nochmal, 7,56 mal 13, dann können wir hier halt 13 Aktien kaufen und liegen immer noch unter 100 Euro investiertem Geld. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen Kurs haben von 10,02, das rechne ich auch nochmal kurz nach, 10,02, dann können wir zum Beispiel nur 9 Aktien handeln. Weil wenn wir jetzt noch eine kaufen, dann würden wir über den 100 liegen. Und du siehst hier die Risikoberechnung, so simpel wie sie auch ist, funktioniert ganz wunderbar. Und wir eröffnen immer, ähm, quasi 100 Euro in deutscher Bank Aktien. Und genau, das Ganze ist jetzt noch ein bisschen wüst, weil wir zum Beispiel auch die Ausstiegslogik noch nicht da drin haben. Ähm, und deswegen müssen wir das im nächsten Teil noch machen. Außerdem müssen wir dann nochmal ein bisschen darauf achten, dass er bitte nur im Verlust nachkauft. Weil so wie er das jetzt gerade macht, ähm, ja, ist es eigentlich ein bisschen unlogisch. Weil dann kauft er im Gewinn auch immer nach und das ist auf jeden Fall nicht der Grundgedanke von dem System. Also im nächsten Teil geht es dann so ein bisschen um den Ausstieg und wir verfeilen dann auch den Einstieg. Also, ähm, ja, ciao auf jeden Fall wieder rein und ich würde mich da sehr freuen. Bis dann, ciao, ciao. Bis dann, ciao.